Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder. Schüsse am See, Notizen, detailmögliche Aktivitäten der Waldschüsse am Rätselsee zu finden. Der Typ hat uns den Schlüssel hier gegeben. Jetzt schließen wir hier auf und gucken da mal rein, was hier los ist. Oh, ein schöner Wohnwagen. Hier werden wir auch wahrscheinlich in Nacht überleben, oder um in Nacht. Traumseft, Söcken, Kissen, was haben wir hier noch? Ja, Wasserfläche. Oh, hier ist ein Rucksack. Ah, die kann man ja gleich so mitnehmen. Okay. Martin sagt, eine Tausende. Und somit können wir wieder zu den Typen, die zurückkehren. Kangelwerkzeuge, ein Stoff. Ach, meine Güte, den haben wir hier ein bisschen viel. Das ist ein Kabinett, die. Ja, okay, den braucht ihr einfach in den Rucksack aufnehmen. Und das war's. Eine Stromlaterne haben sie auch noch, wer so hat, wen will. Ein Schlafsack. Wie die Tarnverlore, okay. Na gut, Leute. Dann, bis zum nächsten Mal.